Mir gefällt besonders, in diesem großartigen Team ein Teil des großen Ganzen zu sein und zusammen das zu erreichen, was wir erreicht haben, ein Teil dazu beizutragen und es dann am Ende gemeinsam zu feiern, um dem Patienten zu helfen. Eines unserer Unternehmenswerte ist furchtlose Streben nach Exzellenz auf Deutsch und dieses Fearless in uns allen ist wirklich was, was mir viel bedeutet, was mir Spaß macht und was uns von anderen Unternehmen unterscheidet. Das heißt, man kann hier wirklich was bewegen und was erreichen und zusammen als Team haben wir die Ergebnisse immer gefeiert und ich glaube, das treibt uns alle an.